Die Tore unter 4,5-Strategie beim Fußball Eine sehr erfolgversprechende Strategie beim Fußball ist das Tore unter 4,5-System. Es gibt zwar in den wichtigen Fußball-Ligen hin- und wieder Begegnungen, in denen es permanent klingelt, doch die Partien sind in der Masse recht selten. Die Tore unter 4,5-Wette wird nicht von jedem Buchmacher angeboten. Nahezu für jedes Match gibt es den entsprechenden Markt beim deutschen Fußball-Spezialisten Tipico. Die Quoten bewegen sich in einem Rahmen zwischen 1,15 und 1,25. Aufgrund dieser geringen Wettquoten macht es natürlich wenig Sinn, die Partien einzeln zu tippen. Empfehlenswert ist aus unserer Sicht eine kleine Kombination mit drei oder vier Auswahlen. Nach unseren Erfahrungen sind die unwichtigeren Ligen für das System sogar noch besser geeignet. Relativ wenige Treffer fallen beispielsweise in Japan. Als Beispiel für die Wettstrategie haben wir drei Spieltage der Bundesliga und drei Runden der japanischen J-League analysiert. Bundesliga Saison 2015-2016 9. Spieltag 7 von 9 Begegnungen Wichtig ist es, vorab die Partien genau zu analysieren. Die Konzentration muss den defensiv starken Teams gelten, welche in der Offensive ihre Schwächen haben. Um dich bei Tipico anzumelden, gehst du folgendermaßen vor. Klicke auf den Button Registrieren und gib deine Daten ein. Oder registriere dich über PayPal und nimm gleichzeitig deine erste Einzahlung vor. Du kannst jetzt sofort loslegen. Wir sehen uns zur nächstenjum. R� erläuter uns an zu schauen. Frage 5